Schnürwinkel! Schnürwinkel! Ah, Igitt! Das ist ein Schnürwinkel in der Kacke! Hallo, Dr. Knu. Ahmed und ich stecken gerade in mächtigen Schwierigkeiten. Könntest du uns mit deinem Auto abholen? Klar! Ihr seid doch meine Freunde. Wie könnt ich da Nein sagen? Wo seid ihr denn? In Hamburg am Hauptbahnhof. Vergesst es. Haben Sie da Lippenschiff unterm Namen? Oh, ich dachte, das war Deo. Ein Hai in der Elbe. Das sieht man aber auch nicht alle Tage. Huff-blink-black! Hast du mal eben was gegen Bauchschmerzen? Hm, diese Bockwurst ist aber schön braun geworden. Die würd' ich mir am liebsten. Ähm, äh, äh, für wen war die? Clown! 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 Oh Mann! Selbst die Polen kommen jetzt schon nach Hamburg. Bist du Mitglied? Nein, noch nicht. Was? Ja, jetzt bin ich nochmal Bella rein. Bis zum vivir 거�zeuf. apparently bloß noch so viel customers. .....